Hallo meine Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf dem Kanal mit mir wie wir jetzt play ja heute am wunderschönen Freitag glaube ich ne heute war es schon wochentag vertan ey ein wunderschönes Wochenende wünsche ich euch jawohl ich bin jetzt komplett durcheinander also so dann lasst man sich den lassen heute kurz mal weg das weg ich glaube wir haben erstmal genug Schweine überlegen ich will erstmal 50 machen jetzt habe ich schon 73 das sind ein paar ich glaube dann kann er nämlich direkt wieder mal wegstellen was sagen ich den Hänger stellen wir hier hin ich will wenigstens alles ein bisschen verteilt und nicht alles so am Hof die Radio ist wieder an ich habe neue Lila rausgesucht noch ich werde noch mal Lila morgen raussuchen also na morgen ja noch Lila raussuchen aber es ist nur drei noch rausgesucht vor der Aufnahme schnell ich halte eben nicht so wenige Lila noch schon mal was anderes drin habe für mich und sonst finde ich sehr langweilig immer das gleiche ist und das ist nicht mein Fall jetzt sagen wir in Deutsch können wir eigentlich noch vor die Düngerstreue hängen mit dem düngen weil dann kann der hier Mauer düngen man kann nämlich die Felder vorher das Stroh weggesammelt haben das wird was ich machen soll die Drescher lassen wir das mal pausieren ok jetzt wirds jetzt da wohl reinhüpfen juh natürlich noch mal jetzt den Ladewagen äh Ladewagen hau dann kommen wir durcheinander jetzt den Schwader so genau den Schwader Linsky dann nochmal die Scheibe auf drin ist uns so warm aber auch trickisches Ding was Lenkrad oder Atombräder wie weiß ich glaube ob der ganze Kram hier drinnen ist ahhh soll ich die richtigen Tasten drücken hier ich hab mir hier Licht ausgemacht weil ich dachte das ist vielleicht mehr das ist schöner zu spielen krieg's an ich hab Licht angemacht ich lass es aus das ist schöner ahhh wenn ich da vorne guckte ok vielleicht doch direkt irgendwo gehen wirklich direkt so anhängen dann schicke ich dich wieder nach Hause dann präge ich dir das dann präge ich dir das soll ich mal wieder ins Lager auch ins Lager hier das ist hier ein Wald das ist ein Wald schacke wie geil dann kann hier gleich der Deutz Dünger streuen das müssen wir eh zum Hof schicken er zum Händler wieder Dünger holen und viel Dünger haben wir nicht mehr kommen Deutz Dünger streuen und dann nur mehr Betrag hier grob an direkt er hat uns geschwadert können wir hier fertig sammeln und dann kann er hier weiter sammeln mit CP jetzt erstmal vorankommen hier soll nicht mal das ewig dauern hier um die Kurve rum ganz elegant also ich weiß nicht ob am Wochenende überhaupt wollen kommen dann noch die Woche so weil ich bin weil ich werde jetzt wahrscheinlich so am Freitag also morgen gehe ich ähm ins Theater samstag glaub was ist samstag nochmal eigentlich noch samstag Abend war Geburtstag auf jeden Fall auf jeden Fall und dann gehe ich den Tag danach essen äh essen gehen mit dem Braten essen ich freue mich schon ich bin ich bin die ganze Zeit ich habe noch krumm und öffnet aber Moch zu laden ich habe eins noch am Freitag am Tag am Abend auf und dann kann ich mir erst ein wenig Moch laden das Wissen vorangeht hier bei mir aber ich werde gleich ins Bett wir haben jetzt 23.34 Uhr ich werde langsam müde ich werde gleich auch noch ins Bett gehen obwohl das Morgen so ein Dach ist ey okay ist einfach zu kurz sortieren das mache ich mal wenn ich meine Langeweile habe damit ich aufnehmen kann weil was ist mache ich das mal los natürlich öffnet die die wir Ich habe das in die K-A-S-A-S-A-S. Ja, warte kurz, wir sind gleich weg. Sofort weg. Kannst schon weiter. So. Ja, fällt. 14. Komm, drei Meter. Okay. 15 Meter. Wir haben hier den Nordosten. Ja, Nordosten Richtung Westen. 1, 2, 3 im Nachhinein. Ein Riemal. Super. Richtig gut los. Viel Spaß. Sieben Minuten sollst du euch schaffen. Wir haben jetzt... Guck mal. Ich bin im Haus deppen. Äh, ja. Was sollst du gerade noch schaffen? Da bin ich schon wieder sieben Minuten rum, ey. Display machen da. Ja. Ja. Anbringen, glaube ich. Amazone. Nein. Gruner auch nicht. Pöttinger nicht. Das können wir noch anmachen. Dann haben wir Fenster auf. Und schau mal zu. Das stimmt was nicht gesagt, dass er warten soll. So. Erstmal. So. Drauf. Geil. Was soll ich machen? Jetzt schließen. Jetzt öffnen. Ameline öffnen. Ameline schließen. Oh, geil. Falsch, dass du. Falsch, dass du da. Boah, das ist ja richtig praktisch. So kann man hier richtig schön dann. Aber hinten, wenn man dann noch so guckt, so sitzt nicht. Da kann man sich leicht umdrehen. Kann man hinten rausgucken. Ich weiß ja, das ist so ein Panel. In der Regel. Ich kann oft nicht so viel, aber ist es ja auch egal. Weil wir haben die Messer von so 4% zerbraucht. Noch irgendwann mal, auch irgendwann bald mal gucken. Das war ja noch Zeit mit Messern. Das dauert noch ein bisschen, hoffe ich. Das wird auch weg, grober dann. Na, absenken. Let's go. Let's go. Das gefällt mir in dem Sitz, man kann den Sitz drehen. Das gefällt mir in dem Trecker, echt geil. Gut, wenn man hier irgendwie die Spiegel einstellen könnte. Das wäre ja auch geil. Das würde ich noch feiern. Oder wenn man so sagen könnte, man macht hier mit innen hoch runter. Den Hebel hart hoch runter. Das Pick-up hier im Senken. Der Mensch da drin ist jetzt so richtig so gedreht und so richtig geil gemacht. Dass der Mensch so ein bisschen gedreht ist, nicht so da so gerade sitzen bleibt. Ist ja auch oft so, dass die Menschen einfach gerade sitzen bleiben oder so. Wenn es sowas schon gibt. Das finde ich super. Gefällt mir. Komm, wir machen mal Licht an hier. Arbeitslicht, ey. Das ist irgendwie komisch. Das gefällt mir wieder nicht. Das ist so... Direkt auf die Maschine geht an. Das ist irgendwie falsch rumgesetzt. Finde ich. Ja, ziemlich genau falsch rumgesetzt, würde ich mal sagen. Das finde ich schade. Wir haben hier zwei Waldraut drin. Vielleicht ist das der ältere und das andere der neuere. Und der ist besser. Muss ich mal gucken. Okay, es scheint so seine Aufgabe zu machen. Einmal runter, einmal hoch, einmal runter, dann haben wir auch alles. Das finde ich reinkriegen, lass mich halt liegen. Finde ich. Kann ich die Vögel und so noch holen. Weil die eh bald gedüngt wird. Wollen wir noch einen? Das ist der vom letzten Mal. Kannst du was gucken? Okay, warte mal kurz. Ich glaube, ich habe mich sogar gehört, wenn ich geredet habe. Ist meine Maus, ey? Ach, da ist die auch so. Dunkel. So gesehen, jetzt ist es wieder normal. Oh. Normal gestellt. Das Ding. Richtig schön. Das gefällt mir. So viel nichts spielen. Macht Spaß. Mal gucken, was macht die Gäse. Also schon die Rundbahn zu fahren. Boah, ich habe gerade schon ein Spiele aus dem Stück gekackt. Ich hatte schon Angst, ey. Okay, ich hatte die Idee, es muss Feldpachten. Was haltet ihr von der Idee? Feldpachten? Ich habe vorhin mal geguckt, offline, wie es ist. Es ist jetzt nicht wirklich gefunden. Mag ich nochmal gucken. Ausländer fahren, dann gucken. Dann würde ich sagen, haben wir morgen ihr Deutsch fertig. Dann kann er hier schon mal schön düngen. Und er darf dann morgen sammeln. Der Käse darf weiter fahren. Ist in die erste Bahn gedüngt, hat er dann auf der Mercedes-B-Truck. Direkt vor den Krubbern. Der Drecher darf dann leider drechen. Dann war ich der Drecher mal. Eine Runde drechen. Und dann fängt es dann wieder weiter zum Abfahren. Oh, das müssen wir eventuell mal speichern. Und dann fängt es dann wieder an. So, ich bin wieder da. Ich bin nochmal gerade gemutet. Na, ist jetzt ein bisschen doof hier im Schwann, weil die schon weg ist. Aber wir sind gleich mal drüber und ist nächst drin. Aber egal. Jetzt mal anmachen. Da kann ich gucken. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Oder was weiß. Ne, wir machen noch ein bisschen. Drei Minuten machen wir noch. Da fällig ist. Und dann machen wir noch. Dann machen wir Feierabend. Dann gucken wir, ob morgen was kommt. Vielleicht, vielleicht auch nicht. so. wie er da wenn man fest daran kommt werde ich mit rein machen deswegen ich muten nichts hört das ist ein bisschen nervig so bigs weil er den 1 2 sollten reichen drei stück die drive-kontrolle kacke ist von mir am spinnen aber zum glück noch nicht kummern das andere sache hier kommen lassen der für eigentlich sehr grotten ansehen das optimale dünge ansehen die optimale sache wieder Yay! Sind wir auch gleich fertig. Dann... Wir brauchen gerade noch Felder. Was hätten wir hier für Felder? Also es darf mal das nicht sein, das nicht, das nicht, das nicht, das nicht. Das geht. 22... Ja, wir können jetzt leider nicht pachten. Ende. Das hätte ich gleich. Das war ein Wunder, hab ich gedacht. Dann bearbeiten. 17.000 Pacht? Äh, wo ist unser Geld? Ja, wir sind fertig für heute. Wir werden euch keine Lasten haben. Warum da? Ja, schaut beim nächsten Mal vorbei, wenn das nächste Video kommt und wann weiß ich nicht. Aber egal, schaut beim nächsten Mal vorbei, macht's gut und bis dann. Ciao, ciao! 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 Untertitelung des ZDF, 2020